Ich bin der Nick und ich bin der Lukas und ich mache die Lehre als Automatiker beim Pfiffner. Und wir zeigen dir, wieso das du bei unserem familiären Betrieb, den Pfiffner Messwanderer AG, die Lehre machen sollst. Ich habe es schon immer gewunden genommen, zu wissen, wie Sachen funktionieren. Beim Automatiker kann man das gut abdecken. Man sieht viele verschiedene Arbeiten, von der Mechanik bis zum Programmieren her, ist alles schön abgedeckt und man lernt sicher sehr viel in den Beruf. Meine Pläne für die Zukunft nach der Lehre sind sicher zuerst einmal das Militär gut abschliessen und dann vielleicht weiter studieren an einer Fachhochschule oder vielleicht sogar Passerellen und dann an der Uni. Bei uns in der Lehre als Automatik-Monteur hat man vor allem zu tun in der Werkstatt mit der mechanischen Bearbeitung, mit der Montage, Elektromontage, aber auch der Prüffelder. Als Automatiker hingegen hat man die technische Grundkenntnisse, verdrohten die verdrohten Steuern im Betrieb und die Steuern auch programmieren. Ein Hauptgrund, dass ich die Lehre beim Pfiffner machen, ist, dass ich an keiner ausdenkenden Übung arbeite, sondern direkt im Betrieb an die Produktwahl zum Punkt gehend. So, jetzt haben wir ein paar Eindrücke bekommen und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr denkt, doch das ist etwas für mich, dann bewerbt euch als Automatiker oder als Automatik-Monteur bei uns bei der Pfiffner Messwandler AG. Wir freuen uns auf dich!